hallo und wieder herzlich willkommen zu wissenslust und es geht noch mal um die steine heilsteine oder mineralien wie man sie eben auch nennt und da werde ich euch so einige teilen aus verschiedenen büchern zeigen im moment habe ich ja begonnen mit diesem wunderbaren werk da werde ich euch gleich auch noch mal vorlesen und erschreckt nicht immer oder seid erstaunt oder böse oder was auch immer wenn heilsteine eben zum wort kommt ist es eben so dass sie unterstützen können aber man sollte natürlich niemals nur diese dinge in erwägung ziehen sondern immer zum arzt gehen und sich dort natürlich richtig behandeln lassen habe heilpraktiker oder auch informationen beim akotheker wie auch immer aber wir haben dann interessante themen ich will nur mal so ein bisserl durchgehen damit ihr das seht was noch so da ist also ich zeige euch mal dann was über die akupressur mit heilsteinen also das wird ein tolles thema sein dann unter anderem natürlich auch zu den steinen was sagte heligard von bingen denn zum beispiel dazu und dann habe ich natürlich auch noch so einige andere sachen muss jetzt gerade mal gucken wo ich das alles jetzt hingemacht habe und was auch noch ganz spannend ist zum beispiel hatte ich vor vielen jahren mir mal gekauft gehabt die edelsteine elixiere hilfe aus der mineralienwelt für unsere entwicklung also auch dazu gibt es dann mal ein bisschen info und so nach und nach und nach oder wie ich denke das passt ganz gut zusammen das kommt immer ganz drauf an und auch das kartendeck aber das habe ich so gut weggelegt ich habe sie eben unten nicht gefunden muss also noch mal gucken ob ich hier oben habe weil ich mir das alles so ein bisschen aufgeteilt hatte also ihr seht das könnte eine spannende sache werden für den der das mag im grundwissen ist erstmal so noch ich lese euch das einfach mal noch mal vor aus diesem buch damit man da noch ein bisschen mit versteht weil das ist so wahnsinnig schön und spannend weil es da nämlich um die seele geht und um den körper also das wissen wird mit beidem verankert und was die steine uns da geben können und das ist wirklich ganz wunderbar also das grundwissen alle umwelteinflüsse ob seelisch oder physisch dringen von außen also über die sinne aura haut und chakren in uns ein und bewirken sofort oder später veränderungen in unserem organismus damit sie die zusammenhänge von gesundheit und wohlbefinden mit den heilsteinen als alternativ medizin besser verstehen und für sie das heilen mit edelsteinen nicht zur glaubensfrage wird haben wir ihnen die grundvoraussetzungen zum verständnis für ihre edelstein therapie in einem übersichtlichen kapitel an grundwissen zusammengefasst anschließend beschreiben wir ihnen dann wie die steine heilen und beantworten all ihre fragen bezüglich steinwahl reinigung heilwirkungen auf körper und seele sternzeichen geologie und astrologie ihr seht dieses buch ist sehr 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 umfassend und wenn ich jetzt einfach mal weil wir als nächstes wenn das durch ist werde ich euch den malachit anzeigen und dann sieht die seite zum beispiel so aus also ganz viel wissen dabei das werde ich euch dann vorlesen weil der malachit ist zum beispiel auch ein stein sagt man für den steinbock und da ich ja im moment hatte die bachblüten und den steinbock habe ich gedacht nämlich auch als erstes dann dazu den stein für den steinbock und mache dann rückwirkend für die waage und auch den schützen den stein noch mal dazu so und hier ist zum beispiel heilwirkungen auf die psyche chakren und wie pflege ich also dieses buch ist sehr sehr gut aufgestellt von daher lese ich euch dann davor so also was sind sinne und sind chakren weil das ist ja auch immer so etwas was so als esoterisch abgestampelt wird das ist eigentlich doof spirituell sollte man eigentlich sein esoterisches und abgefucktes wort finde ich immer und spirituell ist alles auch die kirche ist spirituell also alles was mit himmel und erde zu tun hat mit dem glauben mit uns selbst mit allem was lebt mit allem was ist aber das kann jeder ja so sehen wie er will also man kann diese worte anders wählen und wenn man 50 50 so ein bisschen danach handelt dann kann man so ganz klein bisschen offen sein und nimmt vielleicht doch was mit ohne alles nur so abtun und man darf einfach schauen es gibt so viel in unserem leben was dazu gehört und ein bisschen davon teilzunehmen finde ich immer eine tolle sache also was sind sinne und chakren sinne sind fähigkeiten des organismus verschiedene arten von veränderungen wahrzunehmen über die sinneszellen der sinnesorgane werden informationen aus der umwelt und unserem organismus ausgewertet und an körpergeist und seele weitergeleitet die sinne geben uns auskunft über unser umfeld warnen vor gefahren und regulieren unseren körperlichen und geistigen zustand das ist also immer wie immer sehen riechen fühlen hören und schmecken aber was sind die chakren das ist ein endokrines system ein vegetatives nervensystem dies sind sinne welche wir nicht beeinflussen können die informationen welche über die subjektivität von sinnesorganen ständig in uns eindringen dringen direkt zu den organen drüßen und zur seele vor wir können diese nicht herausfiltern wie diese zum beispiel mit dem schließen der augen möglich wäre die sinnesorgane zum aufzeichnen dieser informationen sind hochsensibles nervengewebe welches wir als chakras bezeichnen wir unterscheiden hierbei sieben haupt chakren und die neben chakren diese sind direkt mit den sieben drüsen des endokrinensystems verbunden nebenniere hypophyse also die hirn anhangdrüse die schilddrüse nebenschilddrüse die thymusdrüse eierstöcke und hoden und das inselorgan der bauchspeicheldrüse sie filtern die informationen aus unserer aura und leiten diese in form von schwingungen und impulsen an die drüsen nerven und organzellen weiter alle informationen die in unserer aura eindringen werden also gesammelt und den energiezentren also chakren zugeführt diese feinfaserigen nervenzentren erkennen die empfangenen informationen und zerlegen diese in licht und energie um sie in das innere unseres körpers weiterzugeben chakras sind also auch sinnesorgane wie unsere augen und ohren auch und erkennen jedes für sich die für sie bestimmten informationen von selbst unsere augen würden ja auch nicht riechen sie sind besonders sensible körperstellen worüber umwelt einflüsse unterbewusst und ununterbrochen in unsere seele und den körper gelangen alle chakren leiten die eindrücke über feinfaserige energiekanäle zum haupt energiekanal nahe der wirbelsäule weiter dieser ist über sensible nervenfasern den meridianen mit den organen verbunden über die energiefasern und die nervenhauptkanäle werden die informationen je nach bestimmungen an das endokrine system oder den parallel zur wirbelsäule verlaufenden vegetativen nervensystem weitergeleitet das endokrine system ist das system der drüsen im körper und kontrolliert die verschiedenen chemischen funktionen der zellen geweben und organe es steuert deren funktionen durch das ausscheiden von enzymen und hormonen über das vegetative nervensystem werden alle unterbewussten lebensvorgänge gesteuert wie herzschlag atmung verdauung und so weiter hierüber erreichen die informationen alle inneren organe auf zwei verschiedenen wegen einmal über den parasympathikus nerv wird er sich verzweigt durch brust und bauchhülle zieht und zum anderen über den sympathikus nerv wird er direkt an der wirbelsäule entlang unseren körper durchläuft beide systeme also endokrines system und vegetatives nervensystem regeln die lebensvorgänge durch ausgleich von hormonen und durch impulse kleiner energie stöße im organismus durch aktivierung des nervensystems und der trüsen des endokrinensystems welche durch umwelteinflüsse um uns herum ausgelöst werden wird also einiges im körper bewirkt jedes chakra schwingt mit der harmonie bestimmte organe und liegt auf der wellenlänge einer bestimmten farbe die kräfte der sinne ob nun objektiv oder subjektiv bestimmen unsere existenz das wohlbefinden wachstum gesundheit und auch persönlichkeit durch die chakren werden die informationen in uns hinein geleitet und ausgesandt und bewirken liebe und gesundheit und alle anderen seelischen und physischen lebensvorgänge kurz sie bewirken unser leben tja so ist das zu den chakren kommen wir dann aber nochmal viel später jetzt geht es mir erstmal darum dass ihr natürlich auch noch etwas über den malachit erfahrt und jetzt habe ich mir eigentlich was hier reingelegt und ich glaube das ist eben rausgefallen so also es gibt den malachit für den steinbock das zeige ich euch jetzt einfach mal also hier seht ihr so unterschiedliche ketten die ich dann unter anderem gemacht habe und dann habe ich natürlich auch extra ketten gemacht gehabt stein ketten für menschen die eben etwas korbulenter sind etwas molliger sind so dass die auch mal ketten finden die gut passen und nicht die mir dann hier alles abhängen also ihr seht ich hatte verschiedene ketten gemacht gehabt und jetzt zeige ich euch mal ach hier sieht man noch viel schöner den malachit ok das ist der malachit da habe ich aber auch noch eine ganz andere kette zeige ich vielleicht das nächste mal und ihr seht der hat von der struktur ist der so wunderbar gemacht also da herrscht oder dominiert diese farbe grün was aber schon so ein bisschen in so ein aqua finde ich auch mit reingeht aber das ist ja auch je nachdem nach stein unterschiedlich und dann zeige ich es euch nochmal hier also ich hoffe ihr könnt es gut erkennen diesen malachit findet man jetzt nicht in jedem einfachen in anführungszeichen einfachen edelstein laden sag ich mal nein laden kann ich nicht sagen sondern es gibt ja so edelsteine wo man dann für 1,50 so steine bekommt die man sich so rausnehmen kann so verschiedene wo man dann alles hat da ist der malachit nicht beizufinden und der malachit steht auch nicht unter den steinen groß zu finden bei der hildegard von bingen aber da er natürlich der stein unter anderem für den steinbock ist habe ich ihn jetzt mal genommen und es gibt noch den azurit malachit und schaut mal der sieht so aus den habe ich aber jetzt nicht da und auch der ist unter anderem für den steinbock gedacht so und jetzt habe ich raus geholt für den steinbock schaut mal so sieht es ganz toll aus so ist es also beschrieben in dem buch für den steinbock so der malachit glücksteine nach europäischer überlieferung nach der ägyptischen überlieferung ist der malachit für den steinbock ein stein der hoffnung und zuversicht er schenkt glück und harmonien der partnerschaft er wirkt aber auch inspirierend und nimmt faulheit und depressionen der azurit malachit wird als schutzstein unserer erde und als hüter der natur tiere und menschen verehrt durch seine in sich verbundenen kräfte grün und blau verhilft er besonders dem steinbock zu einem harmonievollen jahreswechsel denn zum jahreswechsel stehen sich die planeten des steinbocks und des wassermanns besonders aggressiv gegenüber azurit malachit verbindet fließend das grün des steinbocks mit dem blau des wassermanns er bewahrt seinen träger vor seelischen schwankungen gleichgewichtsstörungen und charakterschwächen und umschließt seinen körper mit einer zweiten haut welche alles böse von ihm fernhält jetzt wäre zum beispiel dann für den steinbock auch noch der mosachat der onyx oder sadonyx und der schwarze tomalin nach dem indianischen medizinrat die schneegans glückstein der schneegans wäre der bergkristall so dieses also erstmal dazu und dann lese ich euch beim nächsten mal ein bisschen mehr von dem azurit malachit vor und von dem malachit damit ihr da zeige ich euch noch eine tolle kette und ich hoffe ich finde mein kartendeck und dann geht es ein bisschen noch ans eingemachte an dann könnt ihr noch ein bisschen reinschnuppern also im moment ist es wie gesagt der steinbock aber ich fahre natürlich auch wieder zurück und der skorpion der da kommt und die waage die bekommen natürlich auch ihren stein bevor wir dann in das tiefere reingehen ich hoffe das ist so erstmal für euch in ordnung scheint jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander für mich selber auch weil ich jetzt alles mit rums gekrumselt hatte aber irgendwo mit muss man ja beginnen oder also in diesem sinne hoffe ich wir sehen uns und ihr bleibt gesund und seid gesund und dann gibt es das nächste dann gibt es nämlich den stein für die waage erstmal damit wir zurückgehen und den skorpion und dann gehe ich auf die steine näher ein ich hoffe das ist für euch so ok denn ich musste ja jetzt erstmal was ein bisschen erklären das tut mir jetzt ein bisschen leid für den steinbock aber wir sind ja da noch nicht am ende bis dann ich hoffe ihr schaut wieder rein tschau